25 Grad, Flipflops, ich stehe hier unter zwei schönen Pistazienbeulen. In die Mücken zerfressen, mich auswandern kann richtig cool sein, oder? Es ist angekommen, Traum, es ist warm, schön und so weiter. Ja, wenn da nicht die Probleme wären, was für Probleme? Wir sind jetzt hier angekommen, wir können nicht direkt so loslegen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten. Wir haben jetzt schon viele richtig tolle, nette Leute kennengelernt, aber wir müssen halt auch unsere Wohnung irgendwie fertig kriegen. Es ist viel Arbeit, es ist viel Arbeit. Wir hämmern, wir haben die ganze Küche rausgehauen, wir haben Fenster. Abgeschliffen, lackiert, wieder neu eingebaut und so weiter. Wir haben die Gitter aus den Fenstern entfernt, wo wir es konnten. Auf jeden Fall viel Arbeit, es ist trotzdem wunderschön hier. Ich werde euch jetzt einen kleinen Rundblick zeigen, um das Ganze, was es hier gibt. Was wir hier an Miete zahlen, ich sage euch nicht, was wir hier an Miete zahlen, es ist ein Witz im Vergleich zu Deutschland. Ach so, und das Wasser, das Dorf, in dem wir hier wohnen, hat einen Brunnen, wo das ganze frisch-süß Wasser rauskommt. Perfektes Wasser. Deswegen gibt es hier keine, wir müssen hier kein Wasser zahlen. Also das Wasser kommt kostenlos die ganze Zeit nach. Richtig cool, oder? Ich zeige euch, ich führe euch jetzt hier rum. Cool, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr dabei seid. Teilt das Video, abonniert den Kanal, liked es und jetzt geht's los. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dich fragst, was ich gerade mache, ja, ich mache tatsächlich unsere Küche mit dem Hochdruckreiniger sauber. Ich habe das ganze Haus mit dem Hochdruckreiniger sauber gemacht. Hier habe ich jetzt gerade eben gestanden. Das hier sind zwei Pistazienbäume. Richtig, richtig cool. Wir haben Pistazien im Garten. Hatte ich noch nie. Wir haben hier hinten, warte mal, ich komme mal in den Schatten, vielleicht sieht man das dann besser. Wir haben hier hinten ein, das wird mein Büro sein, hier Gästezimmerbüro und so weiter. Und da sind wir gerade drin. Also in diesem Raum zeige ich euch jetzt nicht. Wir haben hier ein Tor und wir haben auf der anderen Seite ein anderes Tor. Da ist eine Straße, hier ist eine Straße und wir haben hier einen riesen Garten. Guck mal, Limettenbombat. Ich zeige dir mal hier. Kann man das sehen? Ich glaube schon, oder? Da oben sind ganz viele, hier ganz viele kleine Limetten. Und da oben, da oben wohnen unsere Nachbarn und da unten werden wir wohnen. Ihr könnt es hämmern vielleicht hören. Ihr könnt es hämmern hören. Ich zeige es euch kurz. Wir machen gerade die ganze Küche kaputt. Mehr, mehr, mehr zeige ich euch jetzt nicht von drinnen. Das ist eine Katastrophe. Wir haben eine ganze Menge Sachen aus Deutschland mitgenommen, um ehrlich zu sein. Die ganzen Sachen hier, die ganzen Koffer. Wir haben riesen Pakete, Umzugspakete bei OBI gekauft und die per Post verschickt. Und die ganzen Sachen mitgenommen. Plus die ganzen Sachen, die bei uns im Zimmer stehen. Wir haben wirklich vieles mitgenommen. Wir haben sogar unsere Kochtöpfe aus Deutschland mitgenommen. Wir haben ganz viele Sachen über das Internet bestellt. Zum Beispiel eine Matratze. Wir haben schon unsere Waschmaschine. Wir haben unseren Herd. Wir haben ganz viele kleine, so was wie weiß ich, ein Wischmuck oder so. Haben wir alles per Internet bestellt. Hierher liefern lassen. Pass auf, wenn wir hier aus unserem Haus rauskommen. Ja. Das ist die Aussicht. Okay. Ich werde euch noch eine ganze Tour zeigen, wenn das Haus mal fertig ist. Aber wenn wir jetzt hier hochgehen zu unseren Nachbarn. Das ist die Aussicht von hier. Und damit ihr, ihr könnt es vielleicht hören. Die Sonne scheint. Und es regnet zeitgleich. Es fängt jetzt wirklich an zu regnen. Das ist jetzt noch relativ leichter Regen. Wir sind gerade in der Regenzeit. Aber guck mal hier. Wenn es hier regnet, es bildet sich so ein Bach. Ja. Und es fließt dann wirklich von hier komplett da die Straße runter. Regen ist einfach zu krass. Okay. Bevor es jetzt noch weiter regnet. Liebe Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Teilt dieses Video. Zeigt es anderen Leuten. Abonniert den Kanal. Liked es. Schreibt mir eine Nachricht. Ich freue mich über euren Kommentar. Ich freue mich über jeden von euch, der zuschaut. Liebe Grüße nach Deutschland. Ich hoffe, es wird nicht nass. Mehr nass, weil wir jetzt noch in die Stadt müssen. Ein paar Besorgungen machen. Aber es ist genial. Ah, übrigens. Direkt gegenüber ist der Flughafen. Falls jemand vorbeikommen will, herzlich willkommen. Bis dahin. Abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Ciao.